hallo und willkommen wieder bei rising world wir sind hier beim nächsten patch und zwar bei 0.6.1.7 alpha ja viele haben schon darauf gewartet es sind endlich die fehler beseitigt die durch blueprints entstanden sind wir schauen uns gleich mal an wir können uns erinnern das war meine kirche wo teilweise die balken alle doppelt bis dreifach schon drin gewesen sind und wir schauen uns das mal an und gucken wir mal hier gehen rein natürlich im g-monus so und wenn man gleich schauen was wir hier machen können jawohl einbalken einbalken bei der lampe einmal ist die lampe hochweg also hier zeichnet sich die bänke war genauso und nur noch eine bank drin wir haben es ja dann auf die spitze getrieben und haben aus dieser kirche noch mal eine kirche macht und hatten hier bei dieser dann alles wenn schon sechs fach gehabt so schauen wir uns das mal an hier wir hatten dann teilweise fünf bis sechs bänke hier drinnen jetzt haben wir nur noch eine hier drinnen balken haben wir nur noch einen drinnen wir sehen also es klappt hier wunderbar die konvertierung die hat überall geklappt da gab es überhaupt keine probleme so dann die zweite sache ist dass wir die möglichkeit jetzt haben unsere blueprints endlich zu sortieren und dann machen wir einfach mal folgendes das war jetzt hier erst mal nur zum test zeigen einfach mal das stück von hier vorne nehmen von da bis hier und ein stück hoch noch so dass wir den ganzen vorbau hier haben und den wollen wir uns jetzt denn hier mit rein nehmen so sagen wir einfach mal vorbau und den wollen wir in eine gruppe test erstellen und wenn wir jetzt wieder rein gehen und wenn wir jetzt so sagen baupläne so war unsere normale ansicht hier wo schön scrollen konnten und jetzt haben wir hier oben dann die einzelnen ordner drinnen ja ihr seht ich habe schon angefangen hier eine von mir neu zu sortieren hier muss das andere aber auch noch alles sortieren ich zeige euch das denn auch gleich mal wie es im verzeichnis denn selber aussieht ja so und hier haben wir den ordner test jetzt so und da ist unser vorbau drin die zweite geschichte hat beseitigt wurde wir hatten hier von den farben her fehler drinnen gehabt hier das sind alles so in dem blauton drin gewesen ist das ist jetzt auch beseitigt worden und auch wunderbar hin und wenn wir sagen den bauplan benutzen ja dann können wir unser teil dann wirklich wieder hier aufstellen ohne weitere probleme und wir werden mal gleich schauen hier ob da irgendwas doppelt ist und nichts ist doppelt also hier funktioniert es auch die türen eine einzige tür drinnen und wir können auch hier durchlaufen ohne dass da noch eine geistertür drin ist also diese geschichte ist auch super beseitigt worden das hat auch geklappt ich denke mal jetzt können die server dort tatsache auch ein bisschen aufatmen die nächste geschichte war das noch alle baupläne können in gruppen unterteilt werden hat man gerade gezeigt also kisten können nicht mehr aufgehoben werden solange items darin sind so dann schauen wir uns mal diese geschichte an das aussieht wir bekommen dort jetzt auch eine entsprechende warnmeldung so gehen wir mal auf meine bauplattform hier gucken wir mal hier ist jetzt eine ströne und dann werden wir mal hier einfach mal ein paar items reinlegen hier mausrad gedreht 20 stück werden wir mal hier rein packen so gut wir haben jetzt in der kiste drinnen wir wollen sie aufnehmen wir besiegen die kiste also an und halten einfach die f-taste gedrückt und unten kommt die meldung du kannst alte truhe nicht aufnehmen nicht entfernen solange die gegenstände daran enthalten sind ok also nehmen wir mal die gegenstände raus unsere 20 teile hier drücken jetzt wieder die taste f halten sie fest und wunderbar die truhe ist weg schauen wir in unser verzeichnis nach da steht die truhe wir wollen sie wieder hinstellen und und drohe steht und wir nehmen unsere items können die wieder dort rein packen klappt alles wunderbar also auch hier die sache ist beseitigt worden ähm dann wurden noch einige objekte zu tischen gemacht ich habe gesehen so die ganzen küchentische und so weiter dass man da jetzt auch drauf stellen kann das ist auch problemlos habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert die blumentöpfe sind leichter zu platzieren ich hatte eigentlich gar nicht groß festgestellt ja die konnte man überall hinsetzen achso nein nein stimmt es war eine geschichte die werden wir uns mal gleich anschauen ähm bei dekoration waren die dabei brauchen wir hier für so einfach einen blumentopf ein bisschen stein und ein bisschen erde gucken wir mal haben wir uns das holen hier holen wir uns einfach mal ein bisschen erde und dann brauchen wir noch mal haben wir drinnen ja und dann brauchen wir noch mal ein bisschen stein hier haben wir jetzt alles mit drin ja oh es wird duster wir machen mal ein bisschen licht hier so ok und wollen wir mal gucken kann man das jetzt den blumentopf schon herstellen weil ich gar nicht jetzt draufgekuckt wird weil er zu brauchen ja und dann schauen wir mal ich glaube den konnten wir hier auf die bretter war der schlecht zu platzieren und der sitzt jetzt zumindest ist jetzt sehen wir hier schon am ansatz jetzt vorher hat er unten raus geguckt aus dem brett und jetzt sitzt er direkt auf dem brett drauf wir suchen uns mal ich hatte doch ein haus gehabt da ich so ein klein fensterbrett gehabt hier 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 da hat man ein fensterbrett gehabt und wenn ich da draufsetzen wollte dann hat unten schon ein Teil vorgekuckt das sah dann ungefähr so aus und wenn ich ihn jetzt hier auf dem fensterbrett ansetze jetzt sitzt er wirklich ganz genau drauf gut der hat sich zwar eben angehört hier als ob ich hier in ambos hinsetze aber zumindest ist jetzt hier die platzierung der blumentöpfe auch schon bedeutend besser geworden das haut also hin so was haben wir denn noch den fehlerhaften schau vorschau bilder das haben wir gerade gesehen unendlicher holzpark der ist beseitigt worden wenn das inventar voll ist dann kriegen wir auch da die entsprechende meldung und beim tot da flippt die kamera nicht mehr aus das habe ich eigentlich bei mir nicht festgestellt gehabt das waren so die wichtigsten sachen vor allen dingen die geschichte mit dem blutbrin damit das endlich funktioniert so jetzt werde ich euch noch zeigen wie das im verzeichnis aussieht und leider muss ich euch denn auch noch mal einen fehler zeigen da musst du es wahrscheinlich noch mal ein bisschen nacharbeiten so wir unterbrechen kurz und ich öffne mal das verzeichnis so hier befinden wir uns jetzt im verzeichnis von rising world drinnen und da unsere blueprints also alles was wir uns angelegt haben als ordner war eingetragen haben ist jetzt hier drin und auch hier sehen wir unseren test ordner was wir zum schluss gemacht haben wenn wir reingehen dann sehen wir auch es ist ausgeschrieben wir können das also dann hier wunderbar sortieren und dann in rising world dann auch wieder benutzen und wir sehen auch hier schon wann haben wir das angelegt die haben wir benannt ja und die nummer hinten die interessiert ja denn nicht weiter so leider sind die sachen natürlich nicht umbenannt automatisch das klar also das heißt das muss ich mir hier noch alles noch mal neu sortieren oder neu anlegen damit das wirklich denn auch wie hier seine entsprechenden bezeichnungen bekommt aber ich denke mal das ist das wenigste daran wenn man daran denken ist schritt für schritt wird diese geschichte besser wir können es natürlich dann auch so machen dass wir uns hier drinnen einen neuen ordner anlegen wir probieren das einfach mal und sagen jetzt neuer ordner und der heißt bei uns jetzt unsortiert so und da mache ich jetzt einfach mal folgendes und sage von hier ich lasse mal hier einfach so noch zwei stehen dass wir das dann noch sehen können bis hier hin diese ganze sache die möchte ich hier in den ordner unsortiert hier drin geschoben haben wunderbar so jetzt haben wir öffentlich haben wir jetzt nur noch zwei darzulegen und die anderen was alles unsortiert das liegt jetzt also hier drinnen ja also hier kann man schon wunderbar mit arbeiten wer weiß was er wann gemacht hat oder wo gemacht hat der kann sich natürlich sofort ein paar sachen hier ein paar ordner anlegen und das dann da rein schieben denn hier das eigentlich wunderbar hat glaube ich auch der hat im forum nochmal geschrieben wie man die geschichte machen kann ja habe ich eben auch nochmal gezeigt gut wir gehen jetzt hier mal kurz wieder raus und werden uns jetzt dort wieder in rising world wieder treffen so ich habe rising world nochmal neu gestartet damit natürlich meine änderungen da drin auch wirksam wären wir schauen jetzt mal rein in unseren in unsere baupläne und wir sehen es sind nur noch die beiden jetzt erst mal zu sehen die ich unten habe stehen lassen und wenn wir jetzt hier durchgehen dann finden wir dort den neuen ordner den wir per hand dort eingeschrieben haben und sortiert und hier sind alle anderen sachen also so kann man dann Stück für Stück sich seine ganzen Blueprints neu anordnen und hat dann wirklich nachher eine komplette Übersicht ein bisschen schöner hätte ich es gefunden wenn hier drinnen wenn wir das als Karteikarten hätten oder so als kleine Komplettübersicht wenn wir das erste mal reingehen bei Baupläne dass dann vielleicht hier alle verschiedenen Kategorien untereinander steht dass man nur noch die Kategorie anklicken muss und dann sind wir dann die entsprechenden Baupläne drin aber wie gesagt das wäre eine Sache zum überlegen dass man das irgendwann mal machen könnte dann gibt es noch einen besseren Überblick als immer diese hin und her scrollen hier aber wir sind zufrieden dass das soweit jetzt erstmal ist also red top gemacht so jetzt haben wir ich bin die Kamera leider auf eine Geschichte gestoßen durch einen Zufall was hier einen Crash verursacht so werden wir mal schauen ich nehme mal hier ja ich habe hier noch von den alten übernommen das will ich sowieso nochmal ordentlicher machen hier dass ich da vernünftige Vorschaubilder habe und mal sehen ob wir diesen Fehler jetzt nachgestalten können und zwar passiert folgendes wenn ich jetzt hier rauf gehe und sage ich möchte hier diese Achse groß die möchte ich jetzt löschen kann ich das ohne weiteres machen ja und bekomme jetzt hier diese Null rein wenn ich raus gehe hier kann ganz normal weiter arbeiten passiert überhaupt nichts alles schick alles prima ich kann alles machen mehr ich bin jetzt nicht im G-Modus sondern darum dauert es ein bisschen länger ja so das klappt also alles ganz toll jetzt gehe ich wieder rein dort wir haben noch die Null da zu stehen ich nehme mir mal kurz haben wir noch ein Blueprint da ne müssen wir uns schnell in Maschinen hier mal stein oder so ok immer mal ach jetzt müssen wir natürlich vorher hier erstmal eh noch drinnen haben gut wir wollen jetzt hier Achse klein wollen wir haben Bauplan benutzen das geht auch ohne weiteres ich kann den sofort jetzt hier hinsetzen klappt also gut so jetzt werde ich eine kurze Unterbrechung machen weil die Sache hier gleich extrem wird der hat so ja mein Film dann zerschossen hier so ich hab nur mal jetzt eine kurze Unterbrechung gemacht dass ich bis hierhin das doch weiter filmen kann falls jetzt hier nochmal was schief geht so wir gehen mal wieder rein und ich möchte jetzt kontrollieren was ist denn das was hier mit Null plötzlich ist ja ich hatte die Achse ja gelöscht gehabt und jetzt steht dort Null so und wenn ich jetzt rauf klicke hier passiert folgendes ja so sieht es denn aus es läuft gar nichts mehr in dem Spiel das Spiel hängt sich komplett auf ja und er crasht komplett aber eben wirklich nur wenn ich dann hier rauf klicke auf die Null um zu kontrollieren was da drin ist in dem Moment bleibt das Spiel stehen dauert ein bisschen dann kommt diese Meldung hier und danach muss das Spiel geschlossen werden dann kommt das zweite Fenster dennoch äh dass das Spiel nicht mehr reagiert und es wird komplett denn geschlossen ja weiß ich nicht jetzt ob das an mir liegt oder ob hier irgendwie noch ein kleiner Bug drin ist das muss ja was zu tun haben dass man dann hier eben nicht einfach die Datei aus einem Ordner heraus löschen kann und dabei dann eben ein großer Fehler entsteht ja also ich habe es ein paar Mal durchprobiert es läuft immer wieder darauf hinaus erst wenn man diese Null Datei anklickt um zu kontrollieren was das eigentlich gewesen ist oder warum da eine Null steht erst dann krächtet Spiel und zwar mit dieser Meldung denn äh ist nicht weiter schlimm in dem Moment ja wenn man das weiß okay dann wissen wir jetzt ich werde das mal lieber nicht machen äh dass ich da rauf klicke und man kann das Spiel dann sofort wieder neu starten und wir gucken uns dann gleich mal an was bei uns bei Bauhilfe denn hier jetzt passiert ist so wir sind jetzt wieder problemlos rein gekommen ins Spiel wir konnten alle Maps wieder öffnen ich habe jetzt eine andere Map offen und zwar die von meinen Bergbewohnern die brauchen wir nämlich gleich weil wir da noch eine neue Vorstellung haben und wir schauen jetzt mal dann bei Baupläne und da warte das nicht bei Bauhilfe und wir sehen warum hier ist alles so wie es vorher auch gewesen ist der hat mir hier das Teil nicht raus gelöscht oder ach doch hat er doch rausgenommen ja also hier haben wir jetzt nirgends mehr diese Null drin das hat er zwar beseitigt jetzt ja alles noch soweit da und hier sind wir jetzt wieder vorne drin also er hat zwar diese Nullobjekt dort rausgenommen jetzt ist auch weg aber wie gesagt äh es kam dann eben zum Crash aber nur wenn man wie gesagt auf diese Datei Null rauf klickt wenn man die anklickt dann ist Feierabend da hängt sich irgendwo das Spiel auf gut da haben wir gerade hier auf unserer neuen Map auf meiner neuen Map sind hier für mein Bergvolk ich werde mal äh ein bisschen hier Licht ans Fahrrad machen so kommen wir uns da gleich mal an wir haben nämlich noch ein neues Werkzeug mit hinzu bekommen äh was wir natürlich auch noch nutzen können ich hab hier mal schon angefangen ihr seht ein bisschen weiter rum zu basteln hier an mein Bergvolk den Leuten jetzt soweit ganz gut hier wir haben auch innerhalb der Höhle wachsen auch wunderbar alle Pflanzen hier und hier draußen haben sie ihre Bäume das ist soweit alle schick so und wir haben es ja hier so dass wir hier natürlich dann auch unser Volk soll ja hier auch R zusammen um dann hier natürlich ein bisschen was zu machen so und da haben wir denn ah ja da ich im Mittelalter bin habe ich natürlich nicht die entsprechende Werkbank hier drinnen da müssen wir uns erst diese neue Werkbank die moderne Werkbank schaffen um diese Tool zu sehen so wir haben wir kurz gewechselt und sind jetzt auf einer Map hier wo meine ganzen Rumspielereien hier sind hier haben wir auch die neue Werkbank und in dieser neuen Werkbank da finden wir denn drinnen unter Werkzeuge unser Erzsuchgerät das ist eine ganze Menge was man dazu braucht 8 Aluminiumstäbe 4 Wolframstäbe 4 Kupferstäbe eine Eisenplatte und eine Goldplatte und wir können uns dann so ein Metallsuchgerät herstellen so ich habe mir den schon hergestellt und so sieht das Teil dann aus ja und er müsste ja dann irgendwo unser Erzvorkommen finden jetzt werden wir mal schauen dass wir hier raus marschieren und uns mal so eine Höhle suchen dann mal gucken ob die Sache hier auch dementsprechend reagiert da sehen wir der Zeiger schlägt schon langsam aus wenn wir in diese Richtung gehen da lang wird nichts passieren das heißt also da ist ein ziemlich starker Ausschlag und wie wir sehen haben wir hier unser Metall gefunden gucken und da haben wir eine richtig dicke da haben wir hier so dann hat der sieht er gut aus ja also ein unheimlich hilfreiche Gerät da ist auch noch was da auch noch so nun haben wir alles weg dann machen wir mal wieder unser Gerät zeigt es nicht mehr an wir haben hier tatsächlich jetzt alle weggepratzt ja wir fliegen mal hier einfach mal durch die Welt durch mal gucken hier müsste jetzt eigentlich gleich wieder ein Ausschlag kommen da haben wir einen Ausschlag wir sehen es schon jetzt hier in dem Moment natürlich auch mit dem bloßen Auge da ist er auch voller Ausschlag ja also hier gehen wir mal weiter hier durch jetzt hier müsste ein hier ist zwar nicht Fülle aber hier haben wir keinen Ausschlag da die Richtung haben wir wieder einen Ausschlag und wir sehen es auch schon hier wäre jetzt aber auch interessant zu sehen wie groß die Reichweite ist ich meine hier da sehe ich es da ist das auch schon wäre natürlich toll wenn man auch sehen würde dass der kommt wenn es durch den Berg durchgeht hier irgendwo ja und hier haben wir auch wieder Ausschlag also zumindest das was wir nicht auf den ersten Blick sehen können bauen wir das mal ab hier gucken wir mal was das ist schmeißen wir mal kurz das hier raus und das war jetzt hier Silbererz ja also das hilft auf jeden Fall das Gerät ist auch eine interessante Sache macht Spaß natürlich nicht für mich für das Mittelalter ist das wieder mal nichts her aber beim Bullen im Survival werde ich es auch im Mittelalter natürlich nutzen um da das ein bisschen leichter zu haben mit dem mit den Ärzten bei Kohle schlechter natürlich nicht aus das ist klar es ist ja auch ein Metall suchgerät gut ja das war es dann insgesamt mit den Neuvorstellungen mit den neuen Patch jetzt also wie gesagt sind viele Fehler wieder behoben die bedeutend besser jetzt sind vor allen Dingen für den Server gerade die ganze Geschichte mit den Blueprints prima Sache und äh da kann man wirklich viel sagen gerade tolle Arbeit geleistet alles super vielleicht mit diesen Fehlern mit diesen Crash der verursacht wird ähm durch die Geschichte mit dem Löschen eines Blueprints aus einem Ordner äh da vielleicht nochmal nachgucken ob das jetzt eine Sache nur bei mir ist oder ob das allgemein so eine Geschichte ist gut das war es erstmal wieder eventuell zum nächsten Film denn auf den Server der Hessensträuche da hat sich auch wieder einiges getan bei mir im Mittelaltergebiet habe an der Kasane weiter gebaut und werde demnächst auch zeigen bis dann tschüss sagt euch Wolle 158 montiert